Junge Muslime werden immer sichtbarer. Das gilt für das Straßenbild, aber auch für soziale Medien. Auf TikTok postet die junge Konvertitin Lydia und hat über 480.000 Follower. Eines ihrer Videos ist kürzlich viral gegangen. Darin stellen sich sechs junge Mädchen vor. Alle tragen Kopftücher und alle sind konvertiert. Ich bin Lydia, 19 Jahre alt, Russland und Griechen und habe den Islam angenommen vor drei Jahren. Hallo. Ich bin Marie, bin vor drei Monaten konvertiert und komme aus Rumänien. Ich bin Sophia, ich bin 17 Jahre alt, ich habe vor einem Jahr den Islam angenommen und ich bin Russe. Ich bin vier, ich bin 20, Deutsche und vor einem Jahr konvertiert. Der Islam in Deutschland, das ist unser Thema mit dem Erziehungswissenschaftler und Islamkritiker Hartmut Kraus. Er warnt vor einem muslimischen Herrschaftsanspruch. Vor rund zehn Jahren ging es los. Hunderttausende machten sich auf den Weg nach Europa. Mittlerweile sind Millionen im Abendland angekommen. Die Migrationsbewegung hin nach Europa ist auch eine muslimische Migrationsbewegung. Herkunftsländer wie Afghanistan, Syrien oder Somalia sind geprägt vom Islam. Diese Religion bringen die Zuwanderer dann nach Europa und über Geburtenraten und Familiennachzug steigt der zahlenmäßige Anteil der Muslime weiter. Über den Islam und den politischen Islam werden wir bei Kontrafunk in den kommenden Wochen immer wieder sprechen. Heute begrüßen wir dazu den Erziehungswissenschaftler und Sachbuchautor Hartmut Kraus. Herr Kraus, herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Schon im Jahr 2008 haben Sie eine kritische Bestandsaufnahme veröffentlicht. Islam, Islamismus und muslimische Gegengesellschaft war der Titel. Welche Herausforderungen haben Sie damals auf uns zukommen sehen und was ist daraus geworden? Nun, also damals war bereits absehbar, dass also die Etablierung islamischer Herrschaftskultur in Europa und in Deutschland eine große Herausforderung darstellt. Auch wenn der Anteil der Muslime in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern noch nicht so stark war wie heute. Aber er war noch bereits beträchtlich und alle die Probleme, die sich daraus ergeben haben, wie beispielsweise die Ansammlung von gegengesellschaftlichen Milieus mit muslimischer Prägung, waren damals schon klar erkennbar. Das ist eigentlich dann nur noch weiter angewachsen. Die Debatte ging ja eigentlich insbesondere los aufgrund der Terroranschläge von 9-11. Da waren wir ja dann mittendrin in der Islamdebatte bereits. Und insofern hat sich, was die grundsätzliche Analyse des Islam und den daraus resultierenden gesellschaftlichen Problemen, gar nicht so viel verändert. Es hat sich eigentlich eher zugespitzt und verschärft. Der Islam ist die am schnellsten wachsende Religionsgemeinschaft der Welt. Wie grenzen Sie die Religion zum politischen Islam ab? Also das unaufgeklärte und letztendlich meines Erachtens selbst beschädigende Dogma, das in Politik, Staat und Massenmedien immer noch vorherrscht, lautet Islam gleich Religion gleich Religionsfreiheit. Und basta. Wer diesen Dogma nicht folgt und eine islamkritische Haltung einnimmt, der gilt gemeinhin als Islamfeind, Muslimfeind, Islamophober oder sogar als antimuslimischer Rassist. Meines Erachtens besteht der elementare Fehler dieses vorherrschenden Dogmas darin, dass man das moderne europäische Religionsverständnis auf den Islam überträgt. In Europa konnte das Christentum quasi entverabsolutiert werden im Rahmen der europäischen Aufklärungsbewegung. Und im Rahmen dieser Aufklärungsbewegung wurde eine Trennung von Religion, Staat, Recht und Privatsphäre durchgesetzt und vollzogen. Aber genau dieser Vorgang kann nicht auf den Islam übertragen werden. Denn der Islam hat keine durchsetzungsfähige, einschränkende Aufklärungsbewegung in seinem Geltungsraum hinnehmen müssen. Er ist eben nicht einfach nur ein privates Glaubenssystem, sondern eine umfassende, monotheistisch überhöhte Weltanschauung, die Staat, Gesellschaft und Individuen ganzheitlich normiert und normieren will. Das heißt also Religion, Gottesglaube, Politik, Recht, umfassende gesellschaftliche Normierung bilden im Islam, wie er orthodox vorliegt, im Koran, in der Hadithsammlung und Scharia bilden eine untrennbare Einheit. Wenn Sie davon sprechen, dass es da halt auch eine Form von Herrschaftsanspruch gibt, wie können Sie das belegen, beispielsweise in den religiösen Schriften? Was steht da auch zum Zusammenleben mit Nicht- oder Andersgläubigen? Naja, wenn wir also einen Aspekt herausgreifen, der also den Islam kennzeichnet als eine monotheistisch überhöhte Herrschaftsregulierungsideologie, dann kommt das zum Beispiel schon sehr klar zum Ausdruck in der Sure 3, Vers 110 des Korans, wo es heißt, Ihr rechtgläubigen Muslime seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen entstanden ist. Ihr gebietet, was Recht ist, verbietet, was verwerflich ist und glaubet an Allah. Das ist ja schon mal ein sehr deutlicher, umfassender, uneingeschränkter Herrschaftsanspruch, der sich eben gerade auch auf die gesellschaftliche Regulierung ausrichtet. Und man muss auch hinzufügen, dass der Islam einen ganzheitlichen, universellen Herrschaftsanspruch zum Ausdruck bringt. So zum Beispiel auch in Sure 3, in einem anderen Vers, als einzig wahre Religion, heißt es dort, gilt bei Allah der Islam. Das heißt also, wir können feststellen, dass im Islam eine Trennung von reinem rituellen Gottesdienst einerseits und normativer Regelung weltlicher Handlungen und ja auch zwischenmenschlicher Beziehungen nicht vorliegt. Er ist eigentlich der Islam in seiner leerdogmatischen Gesamtheit per se politisch. Also aus meiner Sicht gibt es keinen unpolitischen Islam in seiner objektiv vorliegenden Gestalt. Wenn man Diskussionen zu diesem Thema verfolgt, dann kommt an dieser Stelle immer eine wichtige Frage. Ist das nicht eigentlich in anderen Schriften ebenfalls so, beispielsweise im Alten Testament? Also gibt es nicht auch in der Bibel entsprechende Stellen, die martialisch sind? Ja, der Punkt ist aber der, und das wird oft vergessen, dass der Islam, wie er vorliegt im Koran, als unmittelbares Gotteswort gilt. Wie ist der Islam aufgebaut? Er ist aufgebaut aus drei konstitutionslogisch-basialen Komponenten. A. Die unbewiesene Behauptung der Existenz eines Schöpfergottes namens Allah. B. Die Behauptung einer angeblichen direkten Offenbarung des Willens dieser angeblich existierenden Gottheit. Sowie dann C. Das hatte ich gerade schon umrissen. Den Drang nach weltlicher, also diesseitiger, allseitiger Normierung der Gesellschaft und der Individuen gemäß dieser unbewiesenen, beziehungsweise unbeweisbaren Willensoffenbarung. Dabei gilt also der Koran als direktes Gotteswort und hat einen anderen Charakter als die Bibel beispielsweise. Das ist ja ein multi-autorenschaftlicher Text aus unterschiedlichen Epochen, der von daher dann auch zugänglich ist, einer größeren Auslegungsplastizität, während der Islam eben als unmittelbares Gotteswort gilt und sehr eingeschränkt interpretierbar in Anführungszeichen ist. Er muss immer wieder mit neuen Gegebenheiten zurechtkommen, aber er ist nicht irgendwie dahingehend interpretierbar, dass man ihn im Sinne einer historisch-kritischen Lesart so deuten könnte wie andere Texte, wie zum Beispiel die Bibel. Also das geht insofern, nach meiner Auffassung, in die falsche Richtung. Es gibt ja unterschiedliche Auslegungen des Islams. Sunniten, Schiiten, Aleviten. Würden Sie da einen Unterschied machen oder würden Sie sagen, im Grunde genommen ist das ohnehin in wichtigen Punkten dasselbe? Doch natürlich gibt es Unterschiede, die betreffen aber gerade nicht die grundlegenden Inhalte. Das heißt also, die Unterschiede, die Sie angesprochen haben zwischen Schiiten und Sunniten, da geht es um die Form der Nachfolge, wer also als Kalif eingesetzt werden soll. Muss ja also in einem Verwandtschaftsverhältnis zum Propheten stehen oder nicht. Das heißt, es gibt Unterschiede zwischen einzelnen Rechtsschulen, es gibt Unterschiede zwischen Schiiten und Sunniten, aber die betreffen eigentlich nicht den inhaltlichen Wesenskern des Islam. Also zum Ersten schließt der Islam eine Gleichberechtigung zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen grundsätzlich aus und legt stattdessen eine hierarchische Rangabstufung zwischen ihnen fest. Das heißt also, Ungläubige werden als minderwertig und sogar bisweilen als unrein definiert und unter islamischen Vorherrschaftsverhältnissen dementsprechend behandelt. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel, Surah 8, Vers 55. Siehe, schlimmer als das Vieh sind bei Allah die Ungläubigen, die nicht glauben. Und einige Leute haben sich drangesetzt, haben sich mal angeschaut, die Quellentexte, also Koran, die Sira, die Prophetenbiografie und die Hadithsammlung und haben festgestellt, dass zwei Drittel dieser Trilogie sich herabsetzend mit den Ungläubigen befassen. Also der Islam beinhaltet quasi eine grundsätzliche Herabstufung von Nicht-Muslimen unterschiedlicher Rangabstufung. Da wird nochmal unterschieden zwischen den Schriftbesitzern, also den Juden und Christen und denjenigen, die also im damaligen Frühmittelalter Politheisten oder heute sind es natürlich dann vor allen Dingen auch Atheisten und Agnostiker, die also über keine heiligen Schriften, heiligen Bücher verfügen. Das sind dann nochmal Ungläubige minderen Rechts. Das Zweite, was sehr wesentlich ist, der Islam gewährt kein Recht auf die freie individuelle Wahl einer Weltanschauung sowie kein Recht auf freie, auch religionskritische Meinungsäußerung. Im Gegenteil, Gotteslästerung, Blasphemie, Prophetenbeleidigung wird massiv bestraft. Drittens, das ist ja nun auch besonders bekannt, glaube ich, so mit der bekannteste Aspekt, Der Islam legt eine repressiv-patriarchalische Geschlechterbeziehung fest, in der Frauen systematisch minder berechtigt sind und als kognitiv sowie moralisch defizitäre Wesen auch angesehen werden. In der Sure 228 heißt es, Und die Männer stehen bei allem eine Stufe über ihnen, das heißt den Frauen. Das heißt also, das ist klar definiert, also von Gott so gewollt, dass die Männer eine Stufe über den Frauen stehen. Das wirkt sich dann also auch im islamischen Zivilrecht so aus, dass also Zeugenaussagen von Frauen weniger wert sind, dass sie weniger erben und so weiter. Vor einigen Tagen gab es in Bad Oeynhausen ein Tötungsdelikt. Tatverdächtig ist ein 18-jähriger Syrer. Dass das einen religiösen Hintergrund hat, da haben wir keine Informationen zu. Allerdings ist interessant, was Bundesinnenministerin Nancy Faeser danach gesagt hat. Sprach über den mutmaßlichen Täter und sagte, dass die deutsche Gesellschaft möglicherweise bei der sozialen Integration versagt hat. Sehen Sie also den Punkt, dass Deutschland als Integrationsgesellschaft versagt hat und sich da hätte mehr bemühen müssen und nach wie vor bemühen muss? Nein, ich würde sagen, der Islam mit seiner von mir ja zumindest ansatzweise skizzierten inhaltlichen Normordnung und seinen Regeln und seinen Prinzipien, der Islam ist nicht integrierbar in eine säkulardemokratische Gesellschaftsordnung. Man kann Muslime integrieren, insoweit sie sich von diesen orthodoxen, grund- und menschenrechtswidrigen Normen, die der Islam vorgibt, nachweislich und glaubhaft trennen. Das geht. Aber ich denke schon, dass auch die soziale Integration, wir müssen also immer unterscheiden zwischen sozialer, also beruflicher, ökonomischer, sozialökonomischer Integration, kulturell-normativer und sprachlicher Integration. Die kulturelle Integration ist die schwierigste. Die soziale Integration, da liegt es oft daran, dass also die Sprachkompetenzen sehr schlecht sind. Ich habe früher auch eine Zeit lang in der Erwachsenenbildung gearbeitet, wo also auch Deutschunterricht vorkam. Und da muss ich sagen, war es kaum möglich, gerade auch bei Arabisch Sprechenden in dieser kurzen Zeit, wegen 600 Unterrichtsstunden denen ein adäquates Deutsch beizubringen. Das ist einfach eine Überforderung, also sowohl der Lehrer als auch der Schüler. Hinzu kommt aber eben diese massive normative Kollision. Und ich denke mal, da kommt beides zusammen. Auf der einen Seite sind, wie zum Beispiel jetzt der syrische Tatverdächtige von Bad Oeynhausen, der ist einerseits sicher islamisch-sozialisatorisch geprägt. Das kann man, glaube ich, berechtigterweise vermuten. Und da steckt natürlich auch immer drin so eine einsozialisierte Ungläubigenfeindlichkeit bis Ablehnung. Dann macht er hier Erfahrung, dass es vielleicht doch nicht so gut läuft, wie er sich das gedacht hat. Und ist frustriert, dass er hier nicht das vorfindet, was man ihm vielleicht versprochen hat. Und dann haben wir so ein Komplex aus Frustration, mangelnden Integrationsvoraussetzungen und seiner kulturellen normativen Prägung. Das heißt also, diese Desintegration oder Nicht-Integration ist immer ein komplexes, multikausales Bündel. Die Bevölkerung in Deutschland, Österreich und der Schweiz verändert sich. Das sieht man auch an den Zahlen des Deutschen Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. In Deutschland gab es im März 71.000 Asylanträge. Knapp 50.000 davon kamen aus überwiegend muslimischen Ländern. Über den Islam und den politischen Islam sprachen wir mit Hartmut Kraus, Erziehungswissenschaftler und Autor mehrerer Sachbücher über den politischen Islam. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. Besten Dank für das Gespräch.